Hallo liebe Leute, Doug aus Pennsylvania ist wieder da mit dem pennsylfonisch deutsches Watt für die Woche und heute ist der 29 jänner. Ja so war's Doug. Well, in ein paar Dauer, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Dienstag ist der zweite Honig. Und was ist das? Der zweite Honig ist Grundsattag da bei uns in Amerika. Und für uns pennsylfonisch deutsch, Leute, das ist unser Feiertag. Die Grundsattag. So unser Watt deswoch ist der Schadde. Der Schadde. Das ist ein Watt, das die Leute in Deutschland werden gerade wissen. In Hochdeutsch ist es der Schatten, natürlich. Aber so war's Doug. Well, auf Dienstag, auf der zweite Honig, wenn der Grundsatt aus dem Loch kommt, zum ersten Mal. Wenn er sein Schadde sieht, dann wird er bang und dann geradelt er wieder ins Loch. Und das meint sechs Wochen mehr Winter. Aber wenn er rausgeradelt am Dienstag und er sehnt sein Schadde nicht, dann bleibt er raus. Und das meint, dass es vier Jahre kommt bald. So, die große Frage ist, wir wissen noch nicht, was am Dienstag geschehen wird. Aber wir wissen eh Dinge. Der Grundsatt kommt. Er kommt raus am Dienstag. Und dann wollen wir sehen, ob er sein Schadde sehnt oder ob sein Schadde nicht sehnt. Aber nachher hast du das Wort in Pennsylvania Deutsch, für was so wichtig ist für uns am Dienstag. Der Schadde. Sehen wir es oder sehen wir es nicht? So. Auf Dienstag. Bleib daheim. Geh nicht an die Arbeit. Geh nicht in die Schule. Sag zu den Leuten, hey, ich kann nicht. Es ist ein Feiertag. Es ist Grundsattag. Es ist mein Tag. Es ist mein Kultursag. Ich bleib daheim. Ich hab meinen Kaffee und ich warte auf die Nachricht, ob der Grundsatt sei Schadde sehen oder nicht. Schadde. Pensilfreundesdeutsches Wort für euch für die Woche. Bis jetzt nächstes Mal. Schwätzdeutsch. Und mags gut.